so leute herz willkommen zur elften episode von minecraft project war 3 wir joinen jetzt auf den server dann müssen wir einige sachen noch abarbeiten insentiv zu nehmen weil wie gesagt wir können uns die ganze so wird dass wir fast keine pfeile haben kein äpfel nicht zwei prozent glaube ich also wenn du 100 also eigentlich mit 100 blätter abwarten müssen theoretisch zwei gäbe es aber noch das ist noch einer gespawnt das ist gerade noch einer gespawnt direkt neben dir wo du dich ausgelönt hast so leute ich hoffe die episode hat gefallen die nächste episode wird richtig gut damit wir ein bisschen farben wieder reden also ich hoffe es hat sich gefallen wir werden kommen jedenfalls vorbei also tschau herz willkommen zur zwölften ausgabe von minecraft project war 3 wird das gespawnt von idraso vielen vielen dank dafür und ich würde sagen wir sollen noch nicht weil wir haben ein richtig krasses ziel heute von den auf unseren drei drei einzelnen let's go bobo wo ist ich eigentlich bei mir ist auf der brüche da auf dem platte er ist gerade despawn ungelungen der ist gerade vor bei augen despawn ne kam er in der stadt war genau hier oben auf dem platte war der kam er gerade despawn er hat mir eine minute früher gejoint bestimmt mal auf dem discord gemacht bestimmt mal wenn der chance geladen deswegen kommen das darunter bauen da wo es wasser runter weil ich glaube nicht dass jemand hat mir kein smalltalk gemacht ey lass mich runter bauen und geh einfach mit wasser runter das doppel weg bauen oder da geht bei mir runter doppelt wie kann es auch zu zweit der bau über uns zu ja perfekt sieht keiner ja wohl ja noch fälle oder er bau schräg wie gesagt also das in der mitte soll ich noch mitnehmen weiß nicht brauchen wir eisen das ist der halben steck dabei naja ich hab auch einen halben steck dabei da brauchen wir doch kein eisen mehr die höhe ist bei der mitte vorbei na lass einfach weiter runter da da vielleicht geht's hier mal hin oder runter oh ich hab sieben leppel ich kann gleich meinen helmet schaden endlich ich hab was jetzt noch weiter runter ja nichas ich bin genau da wo du runter wolltest ok hier ist nichts mehr hier ist gold bei mir welche höhe sind wir gebaut ich bin 20 ich weiß nicht wo du bist na ich bin einfach runter gebaut alter du bist nicht mein name nee ist ja absolut gar nix achso also ich bin höhe 11 jetzt äh da war gold ich mach aber kurz brauchstände wie gesagt wir haben ein ziel in dieser episode ah hier hast du schon selber dort so ich pack mal kurz erstmal sachen rein die ich jetzt nicht unbedingt brauche bist du bei der lava entlang gelaufen oder? ja halt von unten bei der lava ne ich hab mir da nur ein paar sachen gemacht die ich jetzt erstmal nicht brauche sooo aber bei der lava bist du ok so ich kann 30 äh machen oh du brauchst nur 10 dias ne? nein nein ja ja nur 10 ähm ah ok fang schon mal an mal auf hier ein bisschen lol man kann einfach mit doppelklick aus dem inventar alle items abziehen geht gar nicht los ich glaube ich krieg aufn achso ja 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 das ist aber eine server einstellung glaub ich mal gold aber ich weiß nicht so ich hab nochmal zwei braustände jetzt können wir immer auf drei baustände gleichzeitig so ich mach mal ein paar glitzernde melonen ja stimmt äh hier ähm gib mal deine äpfel kurz ja dann mach ich eben äh in der kiste alles echt? du drei gaps nehmen oder soll ich? ähm du ja ich hab jetzt 23 glitzernde melonen gemacht dann brauch ich noch das glow ich lass mit dem doppelklick ja so hier kommen drei äh das kannst du kurz weg gehen? ah ne hab's sooo 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 ich mach mal die hälfte ab hier ja der gaps danke meine pickaxe in der zeit kann ich auch ein bisschen quick ich hab mich das voll erschrocken als er gejointed hat guck mal den mördern zu wer zuerst äh dias findet gewonnen wirklich? nein ah ist das cool oh wenn ich ein dia finde bin ich so zufrieden dein dia bringt jetzt nicht wirklich viel ne? ein hart jaa 7 und 3 6 und 3 jaa ne ne 7 und 3 aber auch nur 10 ich hab schon mal redstone gefunden ja aber 6 soll ja schon theoretisch für deine hose reichen das mein ich jaa vielleicht würd als erstes dir ne hose machen bevor man mehr schuhe machen einfach nur weil dev strider jaa ist auch echt so ich baue jetzt wieder ne pickaxe sooo lol ach egal hey jaaa yeah arm break ins oh? endlich protection auf meinen helm ich habe arm breaking 1 auf meine pickaxe einfach so ins so die haben wir schon mal yez so ins so die zweiocailer wird gemacht gerade nur Ich hab ne Höhle gefunden, wo ja schon irgendjemand drinne war, ne? Na, natürlich war ja schon jemand hier. Ich glaub, es wär viel zu viel Luxus. Soll ich mir die Höhle trotzdem nur angucken oder einfach gehen? Ja, komm. Oder? Na ok, ich guck mir die einfach nur an. Ich weiß ja. Vielleicht war es irgend so ein idiotischer Mr. L2, der einfach nur ein Ding versehen hat. Dias oder so. Kann ja immer hoffen, ne? So, ich hab schon mal die ersten Incentivportions gemacht. Ok, ist gut. Also wir bekommen doch nicht ein ganzes Inmetarfall ist mir grade aufgefallen. Nein? Ne, überhaupt mehr. Ja was? Ja, mehr Glas und alles. Ja, ich hab Sand in der Kiste noch gehabt, ne? Achso. Dann mach ich das jetzt. Ja, neun. Egal. Neun sind auch. Drei. Äh, also noch mal neun links, ne? Weißt du, würd ich sagen. Wie überall jetzt? Oh Enderman, soll ich töten? Ja, mach. So lange du selber dabei nicht drauf gehst. Ob du Enderperle? Nice. Willst du die nehmen oder soll ich? Weil ich mag Enderperle nicht so. Ich nehm die schon. Gerne. Oh, hier ist noch ne... Oh, ne Schlucht. Nice. Ich hoffe du findest Dias. War da ein Creeper? Ja. Eher allein auf den Salber. Ne, ne, war der von dem Gegner. Kann nur sein. Hä? Können wir allein noch bis zu Hause? Unwahrscheinlich. Oh, ich bin da ins Tilt-Meingang von irgendjemand anderem reingegangen. Oder von mir. Kann auch sein. Nein, ne, ich bin genau in die Gegensatz-Richtung gegangen. Sondern nicht von mir. Ach man, es fehlt doch nur Dias. Ach so, nur. Ja, guck mal wie viele schon voll die sind. Das ist halt echt so. Das ist halt echt bitter, man. Wieso? So. Ähm. So. Er ist aber auch zum ersten Mal, dass ich Tränke braue in einem Wardo-Projekt. Weil ich da, weil ich sonst nie Glück hatte mit Neverwarzen. Ey, wir hatten kein Glück, wir hatten einfach Skill mit Neverwarzen. Ja. Ehm. Zehn Dias. Ja. Das ist ein Hex. Ich hab nochmal Gold gefunden. Die Leute hätte sich dann als Hacker gecallt. Wie meinst du? Einfach direkt hinter Gold ist Redstone. Die Leute hätten sich als Hacker gecallt. Hättest du da einfach Dias gefunden. Ja, Mann. Wär so instant so. Ich... Kevin dreht sich irgendwo einfach einen Gang weiter von dir. Ich hab auch, wie... So... Leute waren ja in der Höhle drin, ne? Ich hab auch, die hätten das gesehen bei mir und ich hätte einfach Dias gefunden direkt da. Ach, das ist ja so bitter. Einfach nur schön rein. Ja. Schade, dass wir einfach die... Äh... Also die Diapicke nicht mehr haben. Ey, nochmal Gold gefunden. Ich... Ja, wir hatten ja beide schon eine Diapicke, ne? Ich hab meine, ist ja auch kaputt. Ja, aber du hast ja deine vom Kampf bekommen. Ich hab eine gecraftet. Also ich musste ja eine gecraften. Ey, ich finde echt... Boah, ich bin grad einfach nur die ganze Zeit auf Stripmine, weil ich keine Höhle finde, ne? Ich bin einfach nichts. Ja, äh... Hier gibt es eine Melone, gibt es eine Melone. Ey, wenn ich zu faul wäre, könnte ich jetzt einfach überall einen Dropper hinplacen. Da ist ein Dropper, äh, die mitnimmt. Also ich hab nochmal 16 Gold, das heißt wir können nochmal zwei Gaps machen. Ich hab noch 24. Ja, da können wir noch ein paar Gaps machen. Wie gesagt, wir können auch von der Oberfläche jetzt noch, wie gesagt, noch ein paar machen. Weil ich hab nicht so viele Potions. Ey, vergiss mir nicht, dass ich die Potionskiste sichtbe. Also... Das ist klar auch so ein Team-Stress jetzt machen, gleich. Bei dem ist halt, ich bin nicht mal ansatzweise bei dir, ne? Na, du kannst auch immer zu mir laufen. Och, ne? Wenn ich wüsste, wie? Bin ich so in der Höhle gewesen, ne? Ich hab absolut keine Ahnung, wie ich davon wegkommen mehr. Ja, ich hab jetzt wieder Red Zone gefunden. Ja, ich hab jetzt wieder Red Zone gefunden. Ja, ich auch gerade. Na, ich baue ja auch immer in die Seitengänge rein. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Das hat mir noch nie in mein Leben was gebracht. Ja, auch nicht. Aber... Ich wollte sagen, Digga... Ach, tut man trotzdem. Ich wollte einfach sagen, auf trocken, ich hab Dias gefunden. Was ist? Ein Eisen gewesen. Und jetzt, ich baue wieder Frick rein, ich finde wieder Eisen. Genau dasselbe, oder? Dias und Eisen. Ich merke jetzt keinen Unterschied. Ja. Jo, schon wieder Eisen. Jo, ich auch Eisen. Es war keine Dias, nichts. Als ob... Ungelogen, als ob uns irgendwas verhext hätte, dass wir wirklich nix finden. Also ich hab Red Zone wieder gefunden. Ja. Ich hab schon wieder Red Zone gefunden. Das Projekt ist glücklich nicht auf unserer Seite, ne? Naja, aber Dias ist eigentlich gar nicht. Stell vor, wir hätten den Kill nicht gemacht. Naja. Wir wären immer noch so low-equipped. Das stimmt, Alter. Wir wären nicht mal ansatzweise... Da hätten wir beide nur ne Brustplatte, man. Das wäre halt... Ja, das ist schon belastend. Also vielleicht wäre keine Ahnung, was in den letzten anderen sechs Folgen jetzt passiert ist, sei ich den Kill. Naja. Aber... Ganz ehrlich, ich hab noch nie sowas Schlechtes gehabt. Also von den Diamanten, ja. Wird eigentlich bald den Nether ausgeschaltet? Wenn wir Full-Z sind, braucht man eh keine Diamanten mehr. Wird eigentlich den Nether ausgeschaltet irgendwann? Ne, ich glaub ab Folge 20. Also eigentlich, dass wir wieder machen könnten, ja. Never gehen und, äh, Stärke 5 oder Stärke 4 Bogen. Ich weiß nicht, ob's das lohnt, bei so wenig Dings, äh... Ähm... Ähm... Ey lol, das Core-Bot wurde geupdatet. Ich bin nicht mehr drin, äh. Ich bin nicht mehr drin, äh. Kusel. Ey, ich scheiß drauf, Digga. Ich wollte das sagen. Bei mir ist ein Scheiß-Spieler. Ich sehe dann auf einmal deinen Namen. Warum? Dass du mich siehst. Doch. Ich war da, äh, so neben deinen Gang. Lol. Ich auch, Alter. Ich hab gerade genau in deinen Gang reingebaut... Nein. Hast du dich hier mit Kabelzern gebaut? Nein. Ich wurde mit Kabelzern nach oben gebaut, dann bin ich in irgendeinem Gang. Warte, ich mach doch den Team-Chest, deswegen. Ich glaube, wir haben viel zu schlechte Clip dafür. Ich... Wir haben Heal, wir haben Heal. Ah, okay, aber... Ich hab sogar gesagt, lieber kein 1 gegen 1. Oder wir können halt auf Arschloch machen und sagen 2E1, dann machen wir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Also dann Kommt dann gleich zu mir Ja, ich geh Ich weiß ja nicht, wo du bist, ne Ich hab jetzt die wichtigsten Sachen Bestellt, so Ich bin in unserer alten Höhle So Leute, wir werden jetzt gleich kämpfen Ich hoffe, die Episode hat sich fallen, wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben Abo für weitere Videos, mir schaut auch Nick, das ist vorbei Also leute ich mir raus und ciao Ciao